Musik Endlich Wildlife! Wir gelangten in den Etosha Nationalpark über das westliche Tor, das Gartengate. Ziel des Tages war das knapp 200 Kilometer entfernte Ocabri. Unser Reiseleiter wollte eigentlich den westlichen Teil des Parks auslassen, da die Straßen in einem schlechten Zustand waren und er wohl inzwischen nicht mehr ganz so viel Vertrauen in unseren Reisebus hatte. Zum Glück waren sich alle in unserer Kleingruppe einig, dass wir auf keinen Fall dem Westen auslassen würden. Rückblickend war das genau die richtige Entscheidung, denn die Tierwelt an den Wasserlöchern war einfach unglaublich. So wog direkt der erste Halt am Jackal's Water Wasserloch das ganze Gerüttel auf. Hier sahen wir nicht nur Gnus, Oryx, Antilopen und Zebras, sondern auch die seltenen Spitzmaulnashörner und ein kleines Löwenrodel, das gerade sein erlegtes Kudomännchen vertilgte. Das Ganze geschah in dem mit einer niedrigen Mauer abgegrenzten Bereich für die Wassertanks. Erlebnisse, die man so schnell nicht wieder vergisst. Dann ein kurzer Stopp rund 15 Kilometer weiter beim Wasserloch Ocavau. Unterwegs sahen wir dann neben weiteren Zebras die erste Herde Elefanten und Giraffen. Unser Lunch nahmen wir beim Olifanz-Ruhes-Camp ein. Es ist das neueste Camp der Etosha-Pfanne und das einzige, in dem man nur zelten kann. Das Wasserloch soll zwar eigentlich besonders bei Elefantenherden geliebt sein, doch wir erlebten in der Mittagsglut ein einfach unglaubliches Zusammentreffen etlicher Zebraherden. Erst sahen wir nur einen Kudu, doch nach und nach wurde es richtig voll und besonders die Jüngeren mussten aufpassen, dass sie nicht unter die Hufe der größeren Zebras gerieten. Man merkt halt, dass Zebras Fluchttiere sind und daher extrem nervös. Sollte ich mich nicht mehr so gut machen, dass ich mich nicht mehr so gut machen kann. Sollte ich mich nicht mehr so gut machen kann, dass ich mich nicht mehr so gut machen kann. Sollte ich mich nicht mehr so gut machen kann, dass ich mich nicht mehr so gut machen kann. Sollte ich mich nicht mehr so gut machen kann, dass ich mich nicht mehr so gut machen kann. Sollte ich mich nicht mehr so gut machen kann. Sollte ich mich nicht mehr so gut machen kann. Sollte ich mich nicht mehr so gut machen kann. Sollte ich mich nicht mehr so gut machen kann. Sollte ich mich nicht mehr so gut machen kann. Dieser Trip war nicht meine erste Safari im Etosha Nationalpark, doch die Wasser an Zebras hat mich überrascht und war extrem beeindruckend. Bereits am nächsten Wasserloch erwarteten uns zwei Elefanten, die gerade dabei waren, ihre Kräfte zu messen, also vermutlich zwei junge Bullen. Ein Springbok wollte eigentlich nur etwas im Schatten entspannen, doch die Giraffen rückten ihm so auf die Pelle, dass er sich dann doch lieber auf die Suche nach einem anderen Schattenspender machte. Rund 40 Kilometer weiter östlich hielten wir am Wasserloch Sonderkopf und stießen auf weitere Elefanten, friedlich vereint mit Springböcken, Zebras, Gnus, Straußen, Kuhantilopen und Oryxen. Wir hielten noch einmal bei Ozon Yuki Mbari oder so ähnlich. Hier entdecken wir erneut Nashörner, dieses Mal eine Mutter mit ihrem Jungen. Einfach der pure Wahnsinn, was ich an diesem Tag erlebt habe. Aber der Tag war ja noch nicht zu Ende. Am späten Nachmittag erreichten wir Okauquio mit seinem berühmten Wasserloch. Hier übernachteten wir und hatten richtig viel Zeit. Dies war übrigens auch der zweite Grund, weshalb ich mich für diese spezielle Rundreise entschieden hatte. Denn es gibt nicht viele Reiseveranstalter, welche einem eine Übernachtung in Okauquio ermöglichen. Auch wenn die Standardunterkünfte und das Restaurant erschlicht sind, so ist das Wasserloch ein echtes Highlight und ich bin froh, dass ich das noch erleben durfte. Das Wasserloch ein echtes Highlight und ich bin froh, dass ich das noch erleben durfte. Das Wasserloch ein echtes Highlight und ich bin froh, dass ich das noch erleben durfte. Das Wasserloch ein echtes Highlight und ich bin froh. Das Wasserloch ein echtes Highlight und ich bin froh, dass ich das nochались. Bis zum nächsten Mal. Die Tierwelt am Wasserloch zu den verschiedenen Tageszeiten zu erleben war für mich ganz besonders und es ist mir richtig schwer gefallen, irgendwann dann doch schlafen zu gehen. So bin ich am nächsten Morgen besonders früh aufgestanden und war bereits vor dem Frühstück wieder dort. So bin ich am nächsten Mal. Doch am Ende half alles nichts und es hieß auch für mich Abschied nehmen von Okkaukwe. five Untertitelung des ZDF, 2020